Willkommen zurück zu Project Zero 2. Ja Freunde, da liegt ein Geist rum, ich kann nichts dagegen tun. Außer sie hier am besten erstmal zu ignorieren. Ich frage es, ob auch sie mich ignorieren wird. Jedenfalls sollte der Bann hier gebrochen sein, beziehungsweise sie sollte mit dem Schlüssel hier durchkommen. An der Tür ist ein Schloss, das einen Stapel Familienwappen zeigt. Auf dem Schlüssel ist ein etwas dunkelrotes. Du hast die Tür mit dem Stapelschlüssel geöffnet. Oh Gott. Ich glaube, ich bleibe lieber beim Geist. Oh nein. We promised we would always be together. So we ran away. Let everyone die. Let everyone die. Mayu! What happened? Someone was calling me, telling me to come back and perform the ritual again. The ritual? Stay with me forever and ever. Mm-hmm. Of course, we promised. For now, let's get out of here. Hat das Ritual damals nicht funktioniert, musste das verbotene Ritual her. Vielleicht sind wir genau in diesem Moment, wo sich, ne, ihr kennt ja das in Geisterwelten, wo sich alles immer und immer wieder wiederholt. Und diese Parallelen sind einfach zu stark. Deswegen wird vielleicht Mayu da auch immer, ja, fast in Besitz genommen. Aber jetzt haben wir erstmal, wie es sie wieder, ein Glück, noch ein Foto von ihr machen. So. Bringt nichts, aber ich kann's. Sie ist kein Geist, sonst hätte sie ja weh getan. Haha, bin ich clever. So. Was haben wir denn hier? Hallo? Da liegt doch was. Zum Schweifeln. Ein Schmetterlingsbuch, wo Mayu vorher lag, ist jetzt ein altes Tagebuch. Okay, anscheinend von jemand Neuen. Oh, von Yae, unterschrieben, wenn ich's richtig sehe. Munakata und sein Lehrer sind heute in das Dorf gekommen. Er sagte, er sorge sich um Itsuki und wollte ihm helfen. Aber ich kann Außenseitern nicht von dem Dorf erzählen. Itsuki ist im Lagerhaus eingeschlossen. Er wird wohl nicht mit den Außenseiten reden dürfen. Yae. Ja, tatsächlich unterschrieben von Yae. Interessant, Itsuki muss dieser Junge sein, der uns schon mal geholfen hat. Ähm, als es darum ging, diese zwei Zwillingsschlüssel zu finden. Herr Makapi machtet ein Bild von uns mit seinem Kasten. Mein Gesicht sah komisch aus, aber es war interessant. Es wird wohl... Mhm. Weil unsere Reinigung noch nicht abgeschlossen worden ist. Ich reinige. Bevor das passiert, müssen wir ihnen zur Flucht verhelfen. Wenn ich eins mit Yae nicht... Äh, wenn ich eins mit Yae werden kann, bin ich glücklich. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Das hat wiederum Sai gesagt. Okay, die teilen sich dieses Tagebuch. Es wird ein wenig wärmer. So, jetzt also erstmal wieder zu zweit unterwegs. Gucken wir uns mal noch diese creepy... Willst du nicht da rauskommen? Oder willst du Verstecken spielen? Was für ein Geruch. Kannst du ihn beschreiben? Ich habe hier noch keinen Geruchsfernseher. Kommt bestimmt alles noch. Oh Gott. Sowas gab es auch im ersten Teil. Oh, und da ist eine mystische Macht. Oh Gott. Etwas erscheint auf dem Foto. Aber ich erkenne nicht was. Ist das dieselbe Puppe? Achso, die Puppe. Hä? Verstehe ich nicht so ganz. Dass der Effekt bleibt. Moment mal. Aber es ist nur... Ja, welche Puppe ist es denn? Die hier. Der Rest hat... Oh. Oh, ich habe sie schon wieder geschubst. Geht schon wieder los. Ich habe es genau gehört. Okay. Also diese Puppe, ja. Ne, doch. Fehlt da eine Puppe? Kommt da jetzt noch eine? Ah, ich glaube, das... Etwas erscheint auf dem Foto. Ich glaube, das ist eine Art Rätsel. Wir müssen uns, glaube ich, angucken, wie die Puppen da genau stehen oder so. Oh, etwas erscheint auf dem Puppen. Ist das dieselbe Puppe? Aha. Ja, der Puppe fehlt anscheinend, war es nicht wahr. Ah, ich bin mir nicht mehr sicher. Kann ich noch irgendwas hier machen? Auf einem Ständer befinden sich Puppen. Das war wohl ein Mädchenzimmer. Die Puppen fallen schon auseinander. Einigen Puppen fehlt sogar der Kopf. Ne, ich kann nichts machen. Zumindest noch nicht. Da bin ich ja fast beruhigt. Könntest du bitte weggehen? Ich will dich nicht schubsen, aber... Na gut. Hat ja geklappt. Okay, ich denke mal... Ich hoffe mal, dass ich sonst hier gerade nichts machen kann. Sonst wäre das ein bisschen ärgerlich. Auf beiden Seiten des Puppenständers steht eine Puppe. Kann ich auch nichts machen. Gut. Wir versuchen mal zu gehen. Ich meine, hey, da draußen liegt ja noch ein Geist rum. Ich hoffe, der ist jetzt weg. Oder will ich das wirklich hoffen? Weil, wo ist er dann? Wir werden sehen. Kapitel 4. Es lohnt sich jetzt sowieso wieder alles zu durchchecken. Können wieder neue Items rumliegen. Da liegen die immer noch... Oh Gott, aber jetzt... Wo kommt denn das? Na, die macht ja nichts. Ist das ein Bug? Ja, die guckt auch drauf. Oh Gott. Das ist doch wieder der Sound von der Kisten-Truller. Aber... Ah, jetzt steht sie auf. Oh, super. Oh Gott, ich gehe da weg, wo ich gerade stehe. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn da? Oh, shit. Ich will nicht dich fotografieren. Wieso ist diese Rotomandet? Die sind überhaupt nichts gebracht. Ach. Wo sind die jetzt? Da, kommt sie gerade raus. Ah, viel zu kurz. Komm doch mal, bitte. Oh, ich hasse die, ne? Weil sie mir den Kopf hoch macht. Ach. Zu kurz. Nee, ich muss weg. Lass mich durch. Lass mich... Näh. Ja, das bringt halt nie was, ne? Dieses Durchlaufen. Oh Gott, jetzt zieht das Spiel an. Jetzt wird es langsam böse. Auch wenn der Schaden... Gut, ich habe einen Haufen... ...ging es aber trotzdem. Wo ist denn jetzt schon wieder? Wo ist denn jetzt schon wieder? Da. Oh, ich... Das ist immer einfach zu gut. Nee. Ich schaff's einfach von der Reaktion nicht. Jetzt, oder? Och, komm. Na, endlich. Im letzten Moment aber auch. So, jetzt ändert sie ja ihre Taktik, richtig? Ja, anscheinend nicht. Das wird ja immer kürzer. Ich glaube, ich habe sie erwischt. Ich habe einfach gedrückt. Haha, ich habe einfach gedrückt, Madame. Sehr gut. Da ist sie. Na ja, zu kurz. Okay. Er knackt hier so halb wie bei dem... Oh, sie ist hinter mir! Du böses... Böse Frau, du elendige böse Frau, du. Lass sie in Ruhe! Oh. Hey. Okay. Oh, sogar... eine neue Geschichte. Also manchmal werden die Geschichten von den leidtragenden Geistern auch fortgesetzt. Oder man bekommt Zwillingspuppenköpfe. Sie sind alt, aber schön dekoriert. Das sind vielleicht die Köpfe für die Puppen im Nebenraum. Okay, gut. Wenn wir schon mal hier sind. Äh, noch was mit der vielleicht machen hier? Auf dem Schluss sitzt da eine kleine Puppe. Ne, okay. Mensch, du musst mir aufpassen. Ich bräuchte am besten noch eine Kamera. Wir können mal zusammen rumknipsen. Äh, was soll's. Ähm, ne, was ich jetzt machen wollte. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Äh, ach ja. Ich wollte mal kurz ins Radio gehen, gucken, ob Mario, auch wenn sie jetzt hier ist. Ne, okay. keine neue Erinnerung für uns. Wahrscheinlich erst wieder, wenn sie uns eventuell verlässt. Bestenfalls bleiben wir natürlich immer zusammen. Aber das wäre jetzt so schön, um wahr zu sein, ne? So, also. Ähm, wir müssen uns das nochmal angucken. Also, ähm, kann ich jetzt die Köpfe gehören? Wozu diesen beiden Puppen? Auf Anbringen der beiden Puppenköpfe? Ja. Da war ein Geräusch am Puppenstand. Es scheint, als löst das Anbringen der Köpfe einen Mechanismus aus. Der Schmetterling, so, so. Oh Gott, das geht ja um Zeit! Ich glaub's ja nicht, ey. Ich... Warte mal, ich hab mir den angeguckt. Ähm. Wieso kann ich nicht weiter nach links? Der links fehlt doch ein Pupp. Puppe bewegen. Ich muss das jetzt mal kapieren, was ich hier machen soll. Achso, das ist ein Schieberätsel. Es ist ein Schieberätsel. Alles klar. Ja, super. Ich muss mir das Bild nochmal angucken. Wieso kann ich jetzt die nicht... Da oben? Die wollte ich eigentlich verschieben. Ach, ne. Ich glaub, ich muss die tauschen. Aber jetzt ist es eh schon zu spät. Ich hoffe, es passiert nichts, wenn das jetzt, äh, fehlschlägt. Ich kann die rechts... Okay. Ja, toll. Ähm. Hört sich jetzt auf. Ne, die Puppen bewegen sich nicht mehr. Vielleicht hat man nur begrenzt Zeit. Warum auch immer, ne. Ich würde dann gerne nochmal... Ja, ich mach nochmal ein Foto. Weil ich hab das nicht im Kopf, wie die sein müssen. Und dann müssen die Roten an einem bestimmten Ort sein oder so. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja. Die Rote, die nach links guckt, muss da stehen, unter dem einen. Und da muss ein leeres Feld sein. Etwas erscheint auf dem Foto. Okay. Es ist dieselbe Puppe. Also. Die, wo dann einen Kopf hat. Ja, die muss hier hin. Und die muss da... Nee, hä? Kann ich nicht von weit aus ein Bild machen, damit ich mal ein bisschen mehr sehe? So. Aha. Das ist schon mal ein bisschen hilfreicher. Ah ja, die Kopflos ist immer noch da. Aber die eine, die nach links guckt, steht da. Ansonsten... Na gut, das müssen wir einfach mal probieren. Ich weiß auch nicht. Hier muss frei sein, quasi. Und die Madame muss da hin. Und da war auch noch so einer, glaube ich. Da unten mal ein Bild machen. Ah ja, die hat einen Kopf dann auf. Wobei die... Da rechtsmitte ist einer ohne Kopf. Och, muss ich das echt alles... Ich weiß gar nicht mehr, dass das so kompliziert wird. Eigentlich müssen wir alles aufschreiben, aber ich probiere es jetzt einfach noch ein paar Mal. Es passiert ja nichts. Dann bringen die beiden Kupfer. Das ist ja die da hinten. Ich komme, wundert mich. Ja, so ist es. Ach, jetzt kann ich die auf einmal verschieben. Die ganze Zeit ging es nicht. Ja, super. Deswegen geht es nicht. Ich kann die nur... Hä? Was soll ich denn die dann tauschen, wenn... Den kann ich nicht schieben, den kann ich nicht. Ah. Hä? Da stehe ich gerade nicht. Ich kann die doch jetzt schlecht tauschen, wenn... Wenn der... Ohne Kopf da... Da komme ich nicht hin. Na gut. Nochmal. Ne, der geht ja nicht. Ohne Kopf kann ich nicht... Gleich jetzt? Ne, komm an den Kerl nicht ran. Oh. Ja, ja, ich muss irgendwie an die eine da ganz rechts kommen. Das ist nicht so einfach. Ach, ich hab... Muss aber mal gucken, wo die zwei Orangenen sitzen. Hab ich auch nicht... Voll nicht drauf geachtet. Die müssen bestimmt hoch, kann das sein, dass die hoch müssen, die Orangenen. Würde doch Sinn machen, oder? Das könnte echt Sinn machen. Nein, oder? Oh, wie soll ich denn das in so einem Zeitdruck auch noch schaffen? Wies. Oh, Mann. Ne, du da rüber. Ach, das reicht. Das reicht. Ich hab mich zu sehr auf diese roten Ladies konzentriert. Dass die eine rote Lady nach links, dass die da... Da drüben ja eigentlich ist. Aber es geht nur um die Orangenen. Ach, dann ist es ja easy. Ein Geräusch ertönt, als sich eine Schublade am Puppenstand öffnet. Ach, haben mich die roten Ladies jetzt abgelenkt. Da ist etwas in der Schublade. Schmetterlingsschlüssel. Ein Schmetterling ist in den Holzschlüssel geschnitzt. Okay. Ja. Der Schmetterlingsschlüssel. Mit dem können wir uns jetzt hier in Ruhe mal umgucken. Oh Gott, jetzt muss ich mit Mario zu dieser einen, ne? Also an ihr vorbei zumindest. Es gab ja noch diese eine Tür, die noch nie aufging hier in der Nähe. Mal gucken. Vielleicht geht die ja auf. Da muss ich nicht zu dieser einen. Schauen wir mal. Los geht's. Ich bin gespannt. Hier ist alles wieder ruhig, ja. Ich hoffe, das bleibt so auch. Puppenzimmer. Das hab ich im Teil 1 schon gehasst. Und siehe da, wir haben schon wieder neue Items. Das war zu erwarten. Neue Kapitel. Kurosawa-Karte. Da liegt eine alte Karte. Eben war sie noch nicht da. Folgt Loristen-Notizen 6. Unter der Karte liegt ein Buch. Die Zwillingsmädchen des Hauses gaben mir eine Karte, die eine Nebentür zeigt. Sie sagten, dass bald die versteckte Zeremonie stattfinden würde und dass ich in der Nacht durch die Nebentür fliehen soll. Sie gingen so schnell, dass ich sie nicht weiter befragen konnte. Die anderen Leute im Haus verhalten sich normal. Gab es ein eigennütziges Motiv hinter der Gastfreundschaft? Nur um sicher zu gehen, werde ich Munakata vor mir nach Hause schicken. Sehr spannend einfach, diese Erzählungen. Wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt. Was ist denn? Ich bin doch hier. Willst du jetzt hier in dem Raum bleiben? Das würde keinen Sinn machen. Komm. Als wäre ich hier weggelaufen, mal ehrlich. Es gibt ja viele Spiele, wo man jemanden so an der Backe hat. Die rollen dann berechtigterweise auch rum, wenn man ein bisschen so schnell ist. Aber jetzt hier... Ich bin doch eine nette Zwillingsschwester. Sagt mir, dass ich eine nette Zwillingsschwester bin, sagt es mir. So. Oh nein, jetzt... Ah, nee, noch nicht. Oh, ich hab's vergessen. Wow! Alter, da musst du dich so brachial ankündigen. Was? Guck nicht so traurig. Nicht wir, ja. Das ist den Geistern egal. Die nehmen jeden Zwilling. So, jetzt diese Tür. Mal schauen, ob die aufgeht. Nein, sie ist immer noch verklemmt. Dann soll es so sein. Gehen wir kurz raus. Schauen, ob es immer noch gewittert. Also regnen tut's auf jeden Fall. Ja, wir dürfen speichern. Das ist schon mal gut. Lass uns speichern! Und weiter geht er. Spaß. Ja, tut mir leid, Schwesterherz. Aber wie immer bist du mir im Weg. Ja, jetzt geht's... Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt geht es ja runter zur unzerstörbaren Geister-Tussi. Ob die überhaupt noch da ist, jetzt wo ich Mayu bei mir hab. Oder ob sonst was passiert. Ich weiß es echt nicht. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ah, hat das gezählt? Nein, du warst mir im Weg. Mayu, du hast mir das Bild ver... Ach, egal. Ich bin dann immer unter so Unter solcher Panik und Eilen Foto zu machen Dass ich nie mitkriege, was die sagen Na, na gut Mal erst mal noch auf die andere Seite schauen Vielleicht ist hier noch was Neues Ich meine, das hätte ich im letzten Part einmal geschafft Aber da hatte ich ja die Ducken-Funktion noch nicht Auf jeden Fall sehr wertvoll Gut Das ist sehr, sehr wertvoll Und das kommt mir jetzt ja neu vor Hier ist eine große Drachenfigur Ja, und weiter Gut Dann ist halt hier eine große Drachenfigur Ach, das hilft ja alles nichts Ich muss jetzt in den Raum Bitte lass sie nicht mehr da sein Bitte, bitte Lass sie einfach mal kurz woanders sein Regen, Brassel, den überdachten kleinen Raten Oh Gott, also Mario, wir müssen uns jetzt beeilen, ja Du rennst mir nach Keine Rücksicht auf Verluste Okay, ich rennt hier noch Mario 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 Das war's für heute. Oh Gott, ich hoffe doch, dass diese eine nicht bis jetzt von ihr ergreift oder ergriffen hat. Mio, wenn du einmal so komisch lachst, ich schlag die Kamera gegen die... Nee, das ist meine Schwester, hallo. Ähm, trotzdem, wenn die einmal so lacht, dann will ich... Nee, dann höre ich auf. Okay, wir gucken uns hier mal schnell um. Jetzt haben wir ja mal kurz die Gelegenheit, hier uns umzuschauen. Der Rahmen der Feuerstelle ist gebrochen und zusammengestürzt. Bei genauerem Hinsing kannst du auf den ganzen Feuerstelle rote Flecken erkennen. Oh, welch graus. Da muss ich nicht nur genau hinschauen. Ein hübsches Bild einer Pinie. Okay, das haben wir uns eigentlich... Wir haben schon mal hier Ruhe gehabt und uns umgeschaut, richtig? Einst war es hier mal ganz nett. Einst. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Du hast doch noch niemanden getötet. Hör auf. Hör auf damit. Hör einfach auf. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin will. Oder... Oh Gott, ey. Diese Soundbugs auch noch. Als wäre das Spiel nicht... Oder will ich da hin? Das kommt mir irgendwie neu vor. Hä? Hä? Mal kurz... Wieso ist jetzt Mayo nicht mitgekommen? Ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Mayo? Oh Gott, da bist du... Komm mit! Komm mit! Vielleicht kommt sie ja nach, wenn ich weiterlaufe. Ich muss mal kurz auf die Karte... Das ist neu! Das kleine Räumchen hier ist neu. Das muss vorhin verschlossen sein. Äh, gewesen sein. Und das werden wir uns dann... Ja, wahrscheinlich morgen genauer anschauen. Wenn es hier wieder heißt... Let's play... Project Zero 2.